Willkommen zurück zu dem neuen Part von Dark Souls Group Air 2-Die Edition! Oh yeah! Im letzten Part habe ich den Mausoleumswichter besiegt und unseren ersten Kampf gegen Artorias fast First Try geschafft. Aber auch nur fast. Ich wurde dann geweckt. Er hätte nur noch 2-3 Schläge gebraucht. So ist es halt. Ich muss mich halt schon sehr konzentrieren gegen ihn zu kämpfen, da er echt nicht leicht ist. Nicht gut. Dreh um! Nein! Tschüss! Oh Gott! Okay, der Weg ist zumindest auch nicht so weit. Ritter Artorias, ich hole jetzt erstmal meine Seelen. Wow! Danke! So! Wow! Okay! Okay! Ja komm! Ja, ist... Okay! Ist... Okay! Ist... Na... Okay! Ich darf nicht... Clint... drauf... Los! Das ist... Er macht es auch ein drittes Mal. Das... Er macht es auch ein drittes Mal. Das... Das war... knapp. Ab! Ah! Okay! Konzentration! Ich habe ihn gerade erst einmal... Autsch! Okay! Wenn er das macht, nach hinten ausweichen! Ich kann mich heilen! Ich kann mich heilen! Ich dachte, er würde mich nicht treffen! Lass mich! Danke! Ja! Autsch! Warum macht das nicht ein drittes Mal? Ich bin gerade nur noch am heilen. Okay, das macht zum Glück nicht so viel Schaden. Ich heile mich jetzt mal. Und nochmal. Ja, aber klar. Aber nochmal war nicht klar. Weg! Warum? Okay. Ja! Brüll mich an! Er könnte mich sowas von weg, wenn er es dreimal macht. Aber das macht er auch gern. Let's not be greedy. Nee! Okay, das war jetzt. Nein! Ja! Klar! Ja! Klar! War klar, dass er mich jetzt wackt. Okay. Kon- Ja! 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 Ich habe noch immer das... Autsch! Voll genau wie ausgerüstet. Ähm... Also hier. Wow! Krasse Frame-Einbrüche! Ja! Läuft! So, hochschicken! Ich muss jetzt ernsthaft ein Estus verschwinden, oder? Nö! Muss ich nicht! Ja! Ich nehme den hier. Man hört ihn auch atmen. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber man hört ihn atmen. Tschüss! Oh! Voll im Rücken! Wo bist du? Da bist du! Ah! Sind die noch 151 Seelen? Wieso riskiere ich dann jedes Mal mein Leben dafür? Wow! Krass! Ausgewichen! Ich dachte, wir werden das nicht mehr zu machen. Wie ausgewichen. Ja, da verfolgt einer auch immer. Ja, Heilung hat zu lange gedauert. Ja, komm! Ja, mach's zweimal. Okay, das war's fies. Hm, ich hatte mich nur einmal heilen sollen. Boah! Du weich nicht aus! Boah! Du weich nicht aus! das, ja. Komm, mach den Zug. Autsch, hat mich noch getroffen. Ja, komm, mach zweimal den Uppercut. Du bist fies. Ja. Zweite Phase, aktiviert. Ich muss mit Geduld ran. Na, was planst du als nächstes? Ich bin ausgewichen. Okay, ich glaube, es ist besser, wenn ich gerne im Kampf nichts sage. Okay. Und die Seelen lasse ich diesmal Seelen sein, weil es sind nur 151. Okay. Boah, ich hätte es fast geschafft. Im ersten Versuch. Oh Gott. So, Aufzug schon hier. Schön. Und tschüss. Ah, Toy Number 4? Müsste es sein, ja. Okay, Mr. Sattorias. Ja, brüll zweimal. Okay, du hast mich angelockt. Ich wäre fast ausgewichen. Ja. No, weich nicht immer aus, du. Es ist verdammt schwer, ihn zu treffen. Autsch. Nicht nach vorne ausweichen. Ja, da war ich zum Glück. Okay, ich war gierig. Jetzt bist du spät ausgewichen. Und ich konnte nicht ausweichen. Okay, nicht zu ihn holen. Nicht zurück holen. Wow. Autsch. Autsch. Warum machst du es nicht dreimal? Und jetzt bufft er sich wieder. Ich kann seinen Buffen auch nicht unterbrechen. Ich habe ihn in Ernst auch nicht getroffen. Nochmal, nein. Er ist so unpredictable. Was macht er das hier? Und er hat mich halt wieder geweckt. Da. Ich bin zu unruhig. Ich bin viel zu unruhig. Das muss sich ändern. Okay, ich werde jetzt im Kampf überhaupt nichts mehr sagen. Und nicht einfach drauf los stimmen, sondern mit Geduld an ihn rangehen. Ja, supi. Einen Schlag abbekommen. Richtig pro-like. Aber ich werde ihn in diesem Part schaffen. Da bin ich sehr sicher. Okay, twine number five. Okay. 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 Ich werde ihn auch nicht wieder darüber gonna verk indireten. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nochmal? Okay. 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 Vielleicht hat es nur die Dauer verlängert. Okay. 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 Das ist richtig fies. Okay, jetzt schaffe ich ihn aber. Ja, einer trifft mich immer. Okay. Ich kann bei Ihnen auch nichts Sinnvolles kaufen, von daher muss ich es hier so schaffen. Und das werde ich auch. Ja. Aber du bist so schnell. Und wie hat mich das jetzt bitte getroffen? Ich weine da aus, weil ich Animation habe, weil ich genau gesehen habe. Ich wusste es. Hier bin ich. Das war ein Fehler. Nein. Das war ein Fehler. Weg. Heilen. Wie trifft er mich immer? Okay. Ruhig. Der ist auch so unvorhersehbar. Du weißt nicht, mach deinen Schlag jetzt zweimal, mach deinen dreimal, mach deinen nur einmal. Ja. 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 Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, der Typ macht so viel Damage. Wolfsring, ja probieren wir es mal hier mit. Wird zwar nicht springen, glaube ich, aber naja. Okay, jetzt bin ich mal ohne Trepfe durch, auch nicht schlecht. Ja, komm. Du hast auch keine Idee, nein. Hallo. Ritter Artorias, danke, Autsch. Darf ich mich heilen, darf ich mich heilen, darf ich mich heilen. Ich werde sehr dankbar. Danke. Oh, jetzt macht er das. Und Stich, ja, war klar. Nee, 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 ich heile mich jetzt lieber. Was ist Bro? Outsch. Nein. Hm. Hm. Er weckt mich einfach nur. Aber ich habe ihn beim ersten Mal fast geschafft. Es muss möglich sein, ihn zu besiegen. Es muss. Ah, okay, ein Versuch noch, dann muss ich den Part wieder beenden. Ja, supi. Das ist dann der erste Boss, den ich nicht in zwei Part schaffe. Naja, beim letzten Part war es nur halt ein Kampf. Und das war schon so gegen Ende. Ah, fies. Der ist richtig fies. Ich muss da mit viel Geduld an die Sache ran. Okay, let's do this. Ja, jetzt bist du voll weit daneben. Nochmal? Nö. Und dann macht er diesen Scheiß. Aber ich habe dich auch getroffen. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Darf ich? Lass mich. Blut Ja. In Endeffekt nichts gebracht. mich zu heilen. Wie hat er mich jetzt getroffen? Ok, ich dachte, er hat sich noch rechtzeitig ausgewichtet. Noch mal was testen. Ne, bringt nichts. Was kannst du? Ähm, falsche Kaste. Was kannst du vergessen, wollte ich sagen. Wow, wie er mich da jetzt nicht getroffen hat. Ah. What? Okay, okay, ich sehe schon. Ich renne jetzt noch zum Bus und dann mache ich den Part. Schluss. Ja. Das gibt es doch nicht, dass mich Artoria sowas von weckt. Ich glaube, das sind die Drache für Orstein und Smaug. Weil ich die ja ge-first tried habe. Wow. Und das war übelst knapp. Okay. Ich kann mir auch nicht viel was überlegen. Weil ich ja keine Waffen verwende, noch kein Schild. Ja. Also gut. Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich gereckt wurde. Und ich sage dann jetzt tschüss und bis zum nächsten Part, wenn wir Artorias wecken. Tschüss. Tschüss.